Herzlich willkommen zu einem kurzen Video über das Importieren von Classroom Assessment Techniques. Classroom Assessment Techniques, oder kurz CADs, finden Sie als eigenen Moodle-Kurs. Diese können Sie direkt in Ihren Kurs importieren. Dazu klicken Sie auf Mehr und klicken auf Kursimport und Sicherung. Nun suchen und wählen Sie den Moodle-Kads-Kurs. Klicken Sie dann auf Weiter. Sie können nun verschiedene Einstellungen für den Import vornehmen, wir empfehlen allerdings, diese so zu belassen. Nehmen Sie hier die Häkchen weg für die Abschnitte, die Sie nicht benötigen, und lassen Sie nur die Häkchen für die Cats, die Sie übernehmen wollen. Klicken Sie dann wieder auf Weiter. Hier können Sie nochmal Ihre Einstellungen überprüfen. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie unten auf Import durchführen. Nach einer kurzen Ladezeit ist der Import fertig und Sie finden die importierten Daten in Ihrem Kurs. Diese können Sie nun noch umbenennen oder verschieben, ganz wie Sie möchten. Sie werden bereits überprüfen, sehr häufig und voran daneben, Ich kann für Sie eins auch nicht überprüfen. Wenn Sie dann mit Ihnen alles zusammenarbeiten. Vielen Dank.